Dr. Harvey General ist ein patentiertes Regenerationssystem. Es wurde dazu gemacht, dass es im Prinzip ein patentiertes Nährstoffpaket ist. Das ist unser Hauptregenerationsprozess. Das ist der One Carbon Cycle. Das ist der Hauptregenerationsprozess unseres Körpers. Es wird den richtigen Nährstoffen für den ganzen Tag versorgt. Und eigentlich ist das so ein interfamilielles Projekt am Anfang geworden, wo wir wirklich in der Apotheke meiner Schwester ein bisschen was gebaut haben, verkostet haben. Es ist die ganze Funktion des Produkts neu, mit dem es geht. Aber nicht nur die Funktion, sondern auch die Darreichungsform, also die Delivery des Produkts und auch das Vertriebskonzept ist neu. Das heißt, diesen ganzen Komplex Leuten verständlich zu machen, ist nicht einfach. Natürlich zweifelt man dann hin und wieder daran, ob das der richtige Weg ist. Aber auch in der technischen Umsetzung eines Produkts, man denkt sich immer, man mischt es einfach zusammen und fertig, gibt es so viele Hindernisse, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also wenn man da nicht den nötigen Biss- und Durchhaltevermögen mitbringt, braucht man sowas, will ich nicht beginnen. Jeden Fehler, den man macht, der hilft einem so unglaublich viel weiter. Und nur wer schneller lernt, gewinnt am Ende. Erfahrung in einem gewissen Umfeld ist essentiell. Und wenn man dann das Glück hat, in diesem Umfeld noch eine Idee zu stoßen, die uns erstenswert ist, dann muss man es halt auch tun. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.